Scheiße, Scheiße, Scheiße? Hallo, Scheiße. Komm her, Scheiße. Och Mann, Scheiße. Nein! Spring weg! Spring weg! Spring weg! Spring nach hinten! Spring nach hinten! Spring! Spring! Oh Gott! Spring! Spring ihm nicht ins Maul, Mädchen! Lauf! Lauf! Dreh dich um! Oh Gott! Oh Gott! Echt, beim ersten Mal? Oh! 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 Äh! Oh! Oh! Okay, er hatte mich getroffen. Äh, hab ich so gar nicht wahrgenommen. mich. Bitte. Oh, durch den kann ich mal nicht durchlaufen. Hast du was für mich? Wie sie auch gar nichts dazu sagt. Mensch, Mädchen. Wow. Apu. Wie gesagt, können gibt es hier nicht. Aber Glück habe ich teilweise echt. Holla. Puh. So, Brücke. Ui, 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 ui. Äh, ich ziehe die mal. Komm, bestimmt noch kleine. Oder noch ein großer. Oder was weiß ich. Oh. Hallo, Höhle. Ja. Was haben wir hier noch? Boah, wenn das alles so dunkel ist und erst mit der Zeit aufgedeckt wird. Das ist echt mies. Ja, mit dem Springengrad hat nicht zwingend sonderlich gut geklappt, aber besser als erwartet. Hallo, da ist Wasser. Ich hätte bitte gerne ein Wassergeräusch. Dankeschön. Ja. Da oben ist auch eine Höhle. Glaube ich. Aber da wird sie wohl aus dem Stand nicht hinkommen. nicht wirklich. Okay. Oder da kommt man wieder raus. Melody, sag mal. Wieso machst du das jedes Mal? Du siehst doch, dass ich hier Mikrofon und sonst was in der Fresse habe. Und dann kommt sie auch noch. Brauche ich jetzt nicht. Aber seitdem Lucy tot ist, ist sie auch extrem kuschelbedürftig. Das ist sehr, äh, krass. Hallo? Ne, steht noch jemand? Ein paar Kugeln im Kopf. Guck mal, da oben kann man auch... ...oder so. Soll ich mal probieren? Gehst du da so rauf? Nee. Nee. Nee, das war nicht der Plan. Hier ist du da... Okay. Äh, bringt uns das was? Äh. Nein, ich habe doch gar nicht. Ja. Ist halt immer das Problem mit dem Stick. Da dreht man gerne mal, auch wenn man gar nicht drehen will. Habe ich da überhaupt was von? Das sieht so aus, als könnte man über dem Wasserfall auch wieder rein. Äh. So. Nein, nicht laufen. Nur drehen. Nein. Noch. Himmel, Aser und Wolkenbruch. Nee. Hm. Ja. 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 Nee. Nicht Kasten, Titti. Ja, aber das, äh... Ich meine, gut, ist die Frage, ob die sich da ranhängen kann, ne? Wenn ich jetzt sage... Ja, aber ist doch viel zu niedrig. Äh. Oh. Äh. Oh. Ja. Ja. Aber noch nicht. Warte mal. Nein, vorwärts. Vorwärts. Hoch. Okay, da ist auch ein Geheimnis. Ding im Nutzung. Äh, so. Habe ich wieder Schritte? Hallo? Macht der Dritte auch wieder Schritte? Och, da kann man auch rein. Okay, weißt du was? Äh, da kommt man nicht hoch. Aber hier kommt man rein. Das war doch die erste Höhle, die ich gesehen habe, oder? Oder war da noch eine? Ist das eigentlich Sinn und Zweck? Dass man hier so... Ne, hier war die erste. Ist das Sinn und Zweck, dass man so gar keine Musik hört? Nicht mal in den Kampf-Dingen sind? Also beim Boss jetzt oder sowas? Soll das so sein? Oder fehlt da was? Hallo? Bringt der Gang überhaupt was? Ja. Obwohl. Weiß man nicht. Ich würde gerne mal ein Zahnrad finden. Ich höre Schritte. Ja? Kommst du her? Möchtest du herkommen? So, jetzt? Vielleicht? Ach, da hinten. Ach so, der war noch gar nicht tot. Und da ist noch einer. Wer ist denn so lieb? Ach, Lady, kannst du mal zielen? Ja, nu. Alter! Stop scaling me! Hä? Das klingt, als wären die Schritte hinter mir. Oder über mir. Ja, bitte. Boah, hier tausend Schritte. Ich habe Angst. Wieso läuft sie nicht? Ach so, weil da eine Kante ist. Ach. Jetzt bin ich hier irgendwo oben, ne? Oder? Oh, ich kann über die Karte gucken. Das ist cool. Ja, aber wo sind die denn? Brennen die jetzt wieder unten rum? Ne. Hä? Was genau? Wie soll mir das jetzt sagen? Alter, warum sind die Schritte hier so laut? Hör! Hä? I don't understand. Und nach einem Zahnrad sah es hier auch nicht aus. Also mal wieder unnötig. Ja, okay. Ne, warte. Da nochmal. Und da nochmal. Okay. Hier nicht. Hier so nix mehr so. Äh, dann bin ich da oben. Ne. Irgendwo da vorne oben habe ich gerade rausgeguckt. Dann kann man noch hier lang. Womöglich kamen die Geräusche von da. Oh ja. Oder? Hä? Kann man da rein? Äh, machen wir mal so. Ah, okay. Tod? Ne. Jetzt. Jetzt tot. Hui. Ne. Okay. Wo bin ich jetzt hier? Ja, da würde ich wieder hochkommen. Ich denke schon. Ich denke schon. So, warst du die extrem laute Person hier die ganze Zeit? Person vor allem. Gestalt. Dingens. Wo ist hier los? Hallo? Hallo? Äh. Ah, ah, okay. Tauchen. Und was ist hier? Äh. Ja? Ähm. Habe ich davon gerade was? Oh ja. Ja, so ein Secret wäre mal geil, wa? Äh. Nix mehr so? Nein! Och! Nein! Du hössliche... Prostituierte, Alter. Nein! Ey, gleich. Nein! Nein! Himmel, Arsch und... Ja, wir machen das langsam. So. Dommes Vieh. Dumm. Ein Zahnrad, ich werde bekloppt. Äh, dreh dich mal. Oh, noch ein Stück. Take it! Oh, immerhin eins. Yay! Schön, aber es hat noch nirgends Bimmelim gemacht, so Secret-mäßig. Uh. 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 Nein. Uh. Und da jetzt tauchen... Oh, natürlich Leben verloren! Hätte ich jetzt wieder irgendeiner Strömung ausgesetzt? Ich gucke mal. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. Achso, jetzt komme ich wahrscheinlich da wieder raus, wo ich das Tauchdingens vorher entdeckt habe, ne? Also, durch Zugweifel. Ja. Like I said. So, dann müssten wir ja hier alles... Da haben wir das erste Mal rausgeguckt. Aber warum war denn in der ersten Höhle nichts? Habe ich das... Habe ich was übersehen? Eventuell? Ne, das war die nicht. Ne, das wollte ich nicht. So, hier. Nein, lauf. Habe ich hier ein Zahnrad übersehen? Zahnrad? Es wäre cool, wenn hier eins wäre. What about? Ich hatte doch genau geguckt, ne? Da oben ist auch wieder... Da sind auch wieder so Schnörkeldinger. Hm. Nö, aber nach dem Zahnrad... ...sieht es hier nicht zwingend aus. Wozu denn dann die Höhle? Einfach nur wegen so einem blöden Dino, oder was? So, warte. Jetzt mache ich so. Und dann mache ich so. Und dann mache ich so. Und dann lasse ich los. Ja. Lernfähig. Manchmal. So. Da war nichts. Das sieht auch wieder voll so aus, als könnte man da... Aber es scheint keinen Sinn zu machen. Oder? Ah, okay. Da ist auch wieder. Dann hoch mit dir. Ach nee, hier waren wir schon. Hier ist gar nichts, ne? Ja. So, nix, nix. Hier war's. Hier war's. Wuh! Gott! Im Himmel! What? Ich geh tot! Und ich habe nicht gespeichert! Oh! Heilige Scheiße! Ähm... Ich habe hier noch nicht wirklich viele Medi-Packs gefunden, ne? Mhm. Holy! Ihr Sucker! Okay. Speichern. Ah! Hey. Ich will nicht wissen, wie Pros das spielen. Voll eins mit der Steuerung. Ich glaube, ich möchte jetzt mal... Ja. Gib mir mal da und sieh. Ja. Hier noch irgendwas? Da war nichts. Dino Paradise. Was ist das denn? Ist das... Ein Tempel? Ja, aber ihr seht das mit dem... mit dem Springen und Schießen. Das habe ich echt nicht drauf. Vor allen Dingen, wenn du einfach nur auf Springen drückst, bringt das einen Scheiß. Du musst halt Springen gedrückt halten und dann zur Seite und... Ach, das ist also... Also, pfff, ey. Wo komme ich da hoch? Was habe ich davon? Oh, da habe ich wahrscheinlich einiges von, oder? I can try. Ja. Nein! Oh, Mann, ey. Dummes Kind. Ah, das wird wahrscheinlich nichts, oder? Doch! Nein! Oh, oh. Das wird aber nichts. Ähm, bringt mir das überhaupt irgendwas? Okay, I can try to... Try to... Ah! I can try to... Ah! Ah! Ja. Hm. Ja. Einfach nur ein bisschen drehen, Mäusken, bitte. Und dann da aufs Dach. Oh, Medi-Kit. Munition. Oh ja, oh ja, bitte. Oh ja, bitte, bitte. So, drehen. So, drehen. Noch ein kleines Stückchen. Zurück. Lauf, spring! Ding! Secret! Secret! Sehr, sehr gut. Aber das Erste. Wenn ich hier dem grünen Sachen übersehe und die anderen zwei Sekreter nicht finde, dann ist das so. Dann lässt sich das echt nicht vermeiden. Oh, noch mehr. Was geht denn? Ach, jo. Ich kann ja versuchen, nicht weiter zu cheaten. Also, was die Munition betrifft. Aber ich verspreche nichts. Denn es macht Spaß. Und... Und ich möchte gute Waffen haben. Okay, also hier gibt es von jeder Waffe scheinbar einmal Moni. Magst du das nehmen? Thank you. So, bei dem kurzen Päuschen, bevor ich gegen den T-Rex, ne, da habe ich echt zu gedacht, boah, irgendwie verliere ich gerade die Lust zu spielen. Aber jetzt muss ich sagen, ne, wenn man dann wieder weiterkommt, dann ist die Lust ganz schnell wieder da. Wäre das Sinn und Zweck, das Ganze da hochzuspringen? Fragezeichen? Ginge das überhaupt? Fragezeichen? Noch einen Schritt zurück mal. Und... Warte mal, wie sieht's mit Hells aus? Alles gut. Und so mache. Und so. Und... Ja, okay, bin ich mit einverstanden. Wenn du dich nicht verletzt, ist alles tot. Geh mal hoch da. Hallo? Geh mal hoch da. Mhm. Hm. So. Siehste wohl. Noch nix Tempel. Wie viel Woll, ey. Und da auch. Oh, oh. Zahnrad. Bin ein bisschen übermütig. Das ist doch so ein Zahnradboden. Äh. Was ist das denn? Äh. Ja. Ähä. Okay. War ich hier schon mal? Nee, kann ich ja gar nicht. Auf dieser Seite war ich ja noch gar nicht. Oh. Ah. Aha. Äh. Ja, in Lara drinstecken ist auch nice. Mhm. Aber ich habe erst ein Zahnrad. Ein einziges. Dreh dich ein Stück. Ein klitzekleines Stück. Das habe ich nicht gesagt. Äh. Okay, ich glaube nicht. Aber ich versuche. Oh. Schön. Schön. Mann. Wobble, wobble. Wobble, Pixel. Wow, wow. Noch irgendwas? Was? Hm. Ähm. Nee. Nee, nur noch das, ne? Glaube ich. Aber man übersieht ja hier gerne was. Ja, so. Ja, man, dadurch, dass die Brücke halt runter geht, sehe ich nicht genau, wann ich abspringen muss. Das ist voll ätzend, ey. Ja, 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 ja. Oh, noch. Ich weiß nicht, wo ich abspringen muss.